Herzlich Willkommen beim Virus Schneee-Experiment. Hier sehen wir, wie man richtig aussehen. Und hier drin haben wir 10'000 Schneeflöckchen in genau der richtigen Grösse geschnitten von der Virus-Hörerin Krieses. Und der Psychologe hat gesagt, wenn man diese vor einem Hintergrund runterfallen lässt, in der Grösse 2,3 x 4 cm, sieht das aus wie echter Schnee. Und das probieren wir jetzt aus. Yeah! Schnee! Geil! So, nochmal zum Vergleich draussen. Und da schauen wir noch an. Es wird immer weiss, es schneit die Virus. 10'000. Geil! Hallo Virus, hallo Franziska. Vier jetzt also, wieviel sprach die 10'000 Schneefötzelchen. Und damit wir ohne Diskussion die 10'000er Grenzen geknackt haben, und hier noch eins mehr. Ich hoffe, so habt ihr euren Schnee und es reicht für einen Schneemann. Gell du Franziska? Ich wollte einfach mal ein bisschen Einsatz zeigen, als Dank für die Sachen, die ich von Virus schon bekommen habe. Und die Franziska kann man ja nicht abschlagen. Ah! Und dir Franziska kann man ja nichts abschlagen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Und man hört und liest ein liebes grösslich leises A.K.A. Schacklin. Cool! gil. whouuuuhh zu petto zu